Hallo ihr Lieben und willkommen zurück ihr bei Alice mit dem roten Kleid. Alice ist mal wieder am Gehen. Ich glaube, dir vergeht das Gehen gleich. Ich habe ein bisschen Angst. Wir werden wahrscheinlich an dieser Stelle noch hundertmal versagen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Aber wir gehen mal los. Ich habe den Sound auch ein kleines bisschen leiser gemacht, weil er mir doch immer sehr laut war. Es geht nicht. Es geht nicht. Wieso geht es nicht? Ich komme immer nicht dieses Stückchen. Dieses kleine Stückchen. Aber wieso? Hallo? Kamera? Okay. Lauf, Alice! Das geht nicht. Versteht es nicht. Ich laufe ja schon gerade. Also ich laufe ja schon so schnell ich kann. Ich kann ja nicht schneller laufen. Ich kann nicht schneller laufen vor dem Marsch weg, als ich sowieso schon laufe. Okay, das wird jetzt gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss vor dem schon wegrennen. Also das geht ja nicht anders. Wie soll ich das denn machen? Egal, wir lassen uns die gute Laune nicht verderben von dem Marsch, dem schon die Sachen aus den Augen kommen. Ah, das ist so ein Fütter. Wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass ich das nicht schaffe? Ich kann doch nicht... Ich musste mir doch nicht sagen, dass man da genauestens laufen muss. Oh, jetzt habe ich mich voll gegen die Wand gehuscht. Gehuscht, gehuscht. Huschidi, buschidi. Bum, bum, bum. Ich muss auch mal sagen, ich nehme heute echt mal spät auf. Das ist, glaube ich, schon... Das heißt spät, ne? Das ist 10. Manchmal nehme ich aber morgens auf. Lauf, Alice! Nein! Wir schaffen das aber gleich. Gleich schaffen wir das. Hoffentlich. Ich will das. Ich schaffe das gleich, weil ich das sage. Und dann schaffe ich das auch. Hoffentlich. Ich muss wahrscheinlich nur... Au! Ich frage mich, warum ich die Kamera aber eigentlich nicht drehen darf. Ich würde die Kamera drehen. Au, da hinten ist das Loch. So, wenn ich jetzt einfach gerade auslaufe... Dann müsste das auch eigentlich hin. So, ich laufe jetzt einfach mal gerade aus. Dann läuft sie voll gegen das Ding dagegen. Ich weiß gar nicht, ob der da vielleicht einfach dann aufhört. Also, wir müssen, glaube ich, nur so ein Mü nach vorwärts kommen. So ein Mü. So, jetzt aber. Jetzt schaffen wir das. Komm, Alice, lauf! Ich verstehe das nicht. Im Ernst, ich verstehe das nicht. Das hundertste Mal. Lassen wir das einste Mal. Ich hätte gerne so einen Button verhängen. Darf ich überspringen? Ja, du darfst. Weil du nicht fähig dazu bist. Darfst du ausnahmsweise einmal in diesem Spiel eine Stelle überspringen. Kann ich einfach die Tür klemmen oder so? Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Was machen wir denn, wenn ich hier echt nicht weiterkomme? Was machen wir denn dann? Dann sind wir verloren. Dann haben wir zehn, zehn und eine halb Stunden umsonst gespielt, weil wir nicht an eine Stelle weiterkommen. Boop! 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 Oh, kack. Okay, das... Geht auch nicht. Das geht einfach nicht. Jetzt mal im Ernst. Bin ich zu blöd? Oder... Bin ich zu blöd? Oder... Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht mehr hören, dieses Geräusch, ne? Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Mann! Mann! Das... Mann! Wie hieß das? Seit sieben Minuten hängen wir da schon dran. Seit sieben geschlagenen Minuten! Oh ja, wir wissen deinen Auftritt. Du brauchst nicht immer hier so, so... Trau-Mama. Pack mich jetzt. Ben nicht jetzt. Oh! Lauf rein! Oh! Oh, ich habe es geschafft! Ich hoffe es nicht. Ich bleibe jetzt hier drin und komme hier nie wieder raus. Oh, wir haben es geschafft. Nach... Nach sieben Minuten habe ich es tatsächlich geschafft, dieses letzte Stück fortzusprinten und er geht da nicht weiter. Ich hoffe, der bleibt für immer weg. Für immer und ewig. Ich will den nie wieder sehen. Nie wieder. Boah. Boah. Hm. Danke. Ich weiß, dass ich special bin, aber... Wir gehen jetzt erstmal hier unser Herzchen auffüllen und hier nochmal gucken, weil hier war, glaube ich, irgendwas. Ups. Da geht's runter. Runter. Oh, Memory! Wupp! Mhm. True story. Mann, 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 Mann. Ich habe das Gefühl, der Fuzzi kommt gleich schon wieder. Pull the chain. Diesmal sieht es nicht aus wie ein Schnuller. Aber ich hoffe, wir müssen diesen komischen Fuzzi nie wiedersehen. Wirklich. Das ist ja mal... Da war ja gerade eine Hölle, die Qual. Ich war... Wahrscheinlich war ich... Auch nicht so lustig, das zu... Bis hundertmal zu sehen. Das tut mir auch echt leid. Ach so. Hauen müssen wir ja, ne? Bam, 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 bam. Das geht so easy hier mit diesen Viechern. Naja, wenn das andere so schwer war gerade. Zumindest für mich. Oh nein, ey. Ich habe gesagt, ich will dich nie wieder sehen. Hey, wir haben noch nicht fertig eingesammelt. Was soll denn das? Und wo sind wir jetzt hergekommen? Huh. Flasche. Das ist immer kacke, wenn ich nicht alles einsammeln darf. Oh. Jesus. Nein, ich will nicht schon wieder wegrennen. Oh Mann, echt. Huh. Wer redet da mit mir? Oh. Ich kriege vor die Gänsehaut hier. Das ist... Ich sollte dieses Spiel nicht spielen, wenn es spätabends ist, glaube ich. Nein, weg. Nein. Ne, das kannst du nicht. Du bist zu schwach. Im Ernst? Puh. Okay. Ich will aber das Zeugs noch einsammeln. Okay. Die paar extra Zähne lassen wir da liegen. Fliegegängelchen. Find the Queen. Ignore her pledge to decapitate intruders only at your peril. Ja. Ja, ja. Wir ignorieren alles. Oh. Das hört sich schon wieder. Huhu. Meine Haare stehen zu Berge. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin einfach, äh... Ein wahnsinniger Schützer. Die Tür unter uns ist zu. Finde ich super. Kann nie besser sein. Hä? Ich hör's schmatzen. Was sind das für komische Dinger? Hä? Na ja, dann schießen wir die da oben erst mal ab. Was sind das für Blattformen? Wir machen kurz den Zahn hier. Oh, Mann. Hä? Wow. Wir sind runtergefallen. Nein. Böp. Böp. Hat's gemacht? Böp. Wie? Böp. Das muss ich nicht verstehen, oder? Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Das... Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Hä? Naja, es geht. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so ein... Was machen die das auch noch? Mist. Und jetzt bin ich gefangen. Wo fährt das Ding denn hin? Naja, jetzt gehen wir erst mal hier hoch. Oh, nein. Jetzt hätten wir das da liegen lassen sollen. Ich hab da hinten was gesehen. Ich weiß. Oh, jetzt müssen wir da gucken. Okay. Okay, wir müssen das mitnehmen. Hick. So. Das macht da eigentlich so komische Kranzgeräusche. Wegen drei Sänen. Schwein. Seht ihr was? Seht ihr was, was ich nicht sehe? Was ist nochmal mit der Maus los? Heute ist irgendwie Speedmaustag. Hm. Kann ich den kaputt machen? Anscheinend. So. Hopp. Stopp. Ich will da noch hoch. Äh, Alice? Nicht an der Ecke. Nein! Ach. Oh, wow. Das war ja jetzt... Also, ich glaub, ich hab einfach für abends zu viel Elan. Das ist einfach... Ich bin viel zu elanvoll. Hopp. So. Jetzt bitte nicht an der Ecke festhängen. Äh, fest... Ja. So. Können wir das machen. Nice. Schön gemacht. Schön gemacht. Und jetzt? Ha! Im Ernst darüber? Oh, ach, das war knapp. Knie. Oh, da hinten ist was. Da ist ein Hebel. Und wie komm ich da hin? Oh, Mann. Muss ich da jetzt um die Ecke springen, oder was? Nein, 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 nein. Alles gut. Ich hab nur bedingt gerade, äh, panisch reagiert. Nur ganz bedingt. Ein pochendes Herz. Bam, bam. Wir haben's ausgemacht. Wer sollte denn ein Herz ausmachen wollen? So, und jetzt komm ich hier so rüber. Scheint so. So. Aber bevor ich jetzt da reingehe, und wahrscheinlich ist da, wartet schon irgendwas Unheimliches da drin auf uns, äh, mach ich eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.